Was ist der Zusammenhang zwischen Epstein-Barr und Mononukleose? Infektielle Mononukleose wird durch Exposition gegenüber dem Epstein-Barr-Virus verursacht. EBV kann sich in den Speicheldrüsen ansiedeln und kann durch Körperflüssigkeiten wie Schleim und Speichel von einer Person zur anderen übertragen werden. Die Inkubationszeit für EBV beträgt in der Regel bis zu 8 Wochen ab der ersten Exposition gegenüber Symptomen. Sobald eine Person das Erwachsenenalter erreicht hat, wurde sie höchstwahrscheinlich dem Epstein-Barr-Virus ausgesetzt und entwickelte Antikörper, die sie daran hindern, Mononukleose-Symptome zu zeigen. Die Mehrheit der mit EBV behandelten Personen bleibt wegen Mononukleose asymptomatisch, d.h. sie sehen keine erkennbaren Anzeichen oder Symptome. Das Virus wird im Allgemeinen durch Küssen, Teilen von Essgeschirr oder Trinken nach jemandem mit aktiver EBV-Infektion zusammengezogen. Sobald eine Person EBV ausgesetzt ist, bleibt sie für den Rest ihres Lebens in ihrem System. Obwohl ein Individuum asymptomatisch bleiben kann, bedeutet dies nicht, dass das Virus möglicherweise nicht erneut aktiviert und auf andere übertragen wird. Sobald sie sich zeigen, werden die Mononukleose-Symptome im Allgemeinen fortschreiten und einen Arztbesuch erforderlich machen. Personen mit Epstein-Barr und Mononukleose werden in der Regel einer körperlichen Untersuchung unterzogen, bei der Abdominaldehnung, geschwollene Lymphknoten und Mangelentzündung festgestellt werden können. Die Diagnose von Epstein-Barr und Mononukleose kann durch die Durchführung einer Blutuntersuchung bestätigt werden. Bei aktiver Infektion ist die Zahl der weißen Blutkörperchen erhöht, weshalb sich symptomatische Personen möglicherweise einem Test auf weiße Blutkörperchen unterziehen können, um das Vorhandensein einer Infektion zu überprüfen. Zusätzlich kann ein Antikörpertest durchgeführt werden, um nach Antikörpern zu suchen, die das Vorhandensein des Epstein-Barr-Virus bestätigen. Personen mit Epstein-Barr und Mononukleose haben im Allgemeinen strukturierte, verräterische Anzeichen der Krankheit. Deutliche Müdigkeit, Halsschmerzen und Fieber sind häufig. Symptomatische Individuen entwickeln in der Regel auch geschwollene Manteln, Abdominaldehnung aufgrund einer Milzentzündung und Appetitlosigkeit. Wenn die Diagnose Epstein-Barr- und Mononukleose verzögert wird oder eine angemessene Behandlung der zugrunde liegenden Infektion fehlt, kann dies zu schwerwiegenden Komplikationen führen, darunter Gelbsucht, Anämie und Atemstörungen aufgrund eines verstopften Atemwegs. Die Behandlung von Epstein-Barr- und Mononukleose ist im Allgemeinen nicht spezifisch. Da es sich bei der Mononukleose um eine Virusinfektion handelt, sind Antibiotika für ihre Behandlung unbrauchbar. In den meisten Fällen werden symptomatische Personen angewiesen, hydratisiert zu bleiben und ausreichend Bettruhe zu haben. Bei Vorliegen einer Sekundärinfektion wie Halsentzündung können Antibiotika verabreicht werden. Diejenigen, die eine ausgeprägte Schwellung oder einen Hautausschlag entwickeln, können ein Corticosteroid erhalten, um Entzündungen und Beschwerden zu lindern.